Hi! In diesen Videos gehen wir zusammen einmal die Einstellungen vom Color Master durch und führen diese auch aus. Die Grundeinstellungen sind wichtig für deinen Salonalltag, um diesen leichter zu gestalten. Dann macht die Arbeit mit dem Color Master auch richtig Spaß. Zunächst schalten wir den Color Master dafür ein. Auf der Rückseite befindet sich ein orangefarbener Schalter. Die Chicolor Master Apps öffnen sich automatisch. Falls dies nicht passiert, suchen wir das Symbol auf dem Tablet und tippen dieses an. Sobald die Apps geöffnet sind, prüft der Color Master automatisch seine Position. Dabei führt der Color Master eine Wagenkalibrierung aus. Die Kanister füllen eine vollständige Umdrehung aus, bevor man mit dem Color Master arbeiten kann. Als erstes führen wir eine Kanisterkalibrierung durch, damit die Kanister richtig eingestellt sind. In Verbindung mit den eingebauten Lasern werden so automatisch die Kanisterhüllen eingestellt. Dies wird zur genauen Abgabe benötigt, da die Karussellarme andernfalls zu viel Druck auf die Kanister ausüben. Nun wählen wir den Button Verwaltung aus und dann die Option Kanisterkalibrierung. Jetzt werden dir alle zwölf Kanister angezeigt. Nun aktivieren wir das Kästchen Alle, damit die Kanisterkalibrierung bei allen zwölf stattfindet. Jetzt öffnen wir die Vordertür und stellen eine leere Skibowl auf die Wagenplatte. Hierbei ist darauf zu achten, dass die Vordertür vollständig geschlossen wird. Sobald das geschehen ist, drücken wir auf Start. Sobald die Kalibrierung abgeschlossen ist, gibt der Color Master eine Meldung ab. Mit dem Button OK kehren wir wieder zurück in den Bereich Verwaltung. Man kann die Kanister auch manuell reinigen. Jetzt wählen wir Farbdose einzeln reinigen aus. Dadurch wird jeder Kanister in die Vorderposition gedreht, so dass wir mit einem feuchten Tuch die Düsen einzeln durch die Vordertür abwischen können. Dann erscheint ein Fenster mit abgeschlossen oder weiter. Wenn wir keinen Kanister mehr reinigen wollen, drücken wir auf abgeschlossen. Falls doch, drücken wir auf weiter.